In diesem Video geht es um die besten Kaffeemaschinen. Der Qualitätssieger in unserem Kaffeemaschine-Test geht an die WMF Bueno Pro. Mit ihrem schlichten und eleganten Design sowie dem Gehäuse aus hochwertigem mattgebürsteten Chromagan fügt sich die WMF Bueno Pro Kaffeemaschine mühelos in jedes Küchenambiente ein. Mühelos und komfortabel ist auch die Bedienung. Mit Hilfe der außenliegenden Wasserstandsanzeige erfolgt die Portionierung auf die Tasse genau. Bis zu 10 Tassen 125 ml duftenden Kaffees passen dabei in die Thermokanne, die bei Bedarf stundenlang die optimale Trinktemperatur hält. Und auch das Kaffeepulver selbst wird dank des Schwenkfilters bequem und krümelfrei eingefüllt. Danach genügt ein einfacher Druck auf die Start-Stop-Taste und dem baldigen Kaffeegenuss steht nichts mehr im Wege. Der Filtereinsatz ist zum Reinigen entnehmbar und so konstruiert, dass ein Nachtropfen oder gar Überlaufen ausgeschlossen ist. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Russell Hobbs Kaffeemaschine. Die Brausekopftechnologie garantiert die optimale Benetzung des Kaffeepulvers. Das Wasser wird in unterschiedlichen Winkeln großflächig auf das Kaffeepulver gesprüht, wodurch mehr Kaffee benetzt und dadurch auch besser extrahiert wird. Das digitale Bedienelement mit programmierbarem Timer ermöglicht es Ihnen zu jeder Zeit einen hervorragenden Kaffee zu genießen. Der herausnehmbare Filterträger garantiert eine schnelle Reinigung. Diese Funktion verhindert das Tropfen der Kaffeemaschine nach Herausnahme der Kanne. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kaffeemaschine-Test ist die Russell Hobbs 240 10. Ausgestattet mit der Worldtech-Brühtechnologie sorgt die Adventure Kaffeemaschine für ausgezeichnetes Aroma und großartigen Kaffeegeschmack. Durch den neuartigen Brausekopf wird der Kaffee großflächig aus verschiedenen Winkeln mit Wasser besprüht und das Kaffeepulver gleichzeitig verwirbelt, sodass es ideal benetzt und damit besser extrahiert wird. Die Adventure Glas Kaffeemaschine mit hochwertiger Glaskanne samt Scharnierdeckel und Füllmengenmarkierung hat ein Fassungsvermögen von 1,25 Litern für bis zu 10 Tassen aromatischen Kaffee. Die Adventure Glas Kaffeemaschine verfügt über einen integrierten Messlöffel, mit dem genau die richtige Menge Kaffee für das optimale Aroma abgemessen werden kann. Der Filterträger der Adventure Kaffeemaschine ist für eine schnelle und einfache Reinigung herausnehmbar. Die Adventure Kaffeemaschine verfügt darüber hinaus über einen Ein-Ausschalter mit Kontrollleuchte. Der Tropf-Stop verhindert, dass bei Kannenentnahme Kaffee aus dem Kaffeefilter läuft. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.